Wenn du dich dein Maul hältst und mich abholst, wäre gewaltig. Probier's doch, das ist so ein bisschen oft genug eingedroht. Auf dass die minderwertigen Existenzen mich endlich abholen, ich will jetzt mal kurz abkaufen, 30 Sekunden, wenn ich wieder da bin, erwarte ich, dass sie hier mit dem Mauer aufstehen. Widersprichst du meiner Logik? Widersprichst du meiner Logik? Dennis, wo bist du? Ich komme, chill. Widersprich, Digga. Was ist das, Mann? Wenn ich nochmal sterbe mit dir, dann werde ich den Clip runtergewaltigen. Wenn du stirbst, dann wahrscheinlich, weil Riley mich ausbremst. Du darfst dann an meinen dicken, fetten, schwarzen Cock klutschen. Oh, mein Scheiß liegt doch noch in der Basis, Mann. Du musst mich da einfach hinfliegen, dann heb ich den auf. Warum musst du eigentlich am Armer aus 3 Metern Höhe sterben, wenn du runterfällst? Das wirst du im echtem Leben auch nicht. Ja, weil du runtergefallen bist, wie so eine Schwalle. Das war nicht mein Hinkompetenz, war nicht mein Hinkompetenz, hier bist du Jan. Wir sind 20 Meter in der Luft, was mach ich denn? Wo ist meine Waffe hier ab? Wir sind 20 Meter in der Luft, was? Wo ist meine Waffe hin? Alle die Helis nachheben, schnell, du bist nicht da. Die Waffe kostet 100.000 Waffen. Äh, wo ist denn hier? Kann ich ja nicht für, wenn du so ein Helisprichst. Ja, die Jungen bist ein Hinderdruck, Fixer. Ja, die Jungen bist ein Hinderdruck, Fixer. Ja, die Jungen bist ein Hinderdruck, Fixer. Ja, kommst du zurück. Die wieder Fades. Ich bin ein Hinderdruck, so. Ich dachte, wir müssen am Montag geschlagen werden. Montag ist frei, lieber Dennis. Siebstag. Ich werde dafür sorgen, dass er... Also ich bin jetzt im Mohawk drin. Ich bin in der Hurensohn, Alter. Wer bist du? Wer bist du? Das ist mir schon mal passiert und es war nicht amüsant. Gib mir den MG wieder und ich verlasse mich. Die Fassistenkruppe sind nie wieder. Deine Mutter ist auch nur ein Scheiße, Waffe. Du bist das derjenige Beispiel. Nö, ich habe den Heli nämlich 12 Meter beim Boden wieder gefangen. Ich war's wirklich nicht spaßig. Ey, bevor du Barryroll machst, geh doch ein bisschen höher. Ich habe keinen Bocken wegbringen kannst. Bei 30 Meter sind wir klatschig die raus und abzustimmen. Alter, die Lache. Oh Gott, nein. Barryroll. Oh, ja. Ah, geil. Oh ja, schweigt mal. Die Ufos sind unterwegs, Leute, aufpassen. Hallo? Schon wieder? Hallöchen. Furensohn, du bist ein Bastard. Wie bist du, Sandro? Burg ist jetzt voll. Heroinverarbeitung. Achso, ja, stimmt. Hey, Ridy. Was? Willst du einen Schalldämpfer haben? Ich brauche keinen, um dich zu erschließen. Ich habe einen von Schalldämpfer. Weil die braucht keinen Schalldämpfer, der braucht einen Challenger. Das Vakuum in meinem Kopf verschlägt auch dich. Äh, Tom? Tom, bist du jetzt bei den Meth-Zutaten? Könntest du mir nachher 25.000 leihen? Der hätte ich jetzt, wenn ich gewusst hätte, dass mein Bullshit wartet auf mich. Ich habe noch 4,2 aufpassen. Ich bevorzuge sinnvolle Anlageinvestitionen. Was geht bei dem? Soll ich mich jetzt mal nach vorne fliegen, Dennis? Drum, Leitung! Oh Gott, das dauert! Das macht die Leiden aus! Das macht die Leiden aus! Oh Gott! Lauf, Dennis! Lauf! Mach auf! Mach auf! Lauf! Ich kippe die Chance. Er ist offen. Er ist nicht offen. Jetzt ist er offen. Ich kann nicht eins sein. Komm unter! Lauf, Johnny, lauf! Stoß! 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 So, die ist mal schließlich ab, damit kann der nirgends rausspringen. Hey! Hey! Jetzt kann ich die Kinder in der Sicherung für den rausspringen. Wow! Die facken jetzt alles! Shit! Wow! Die eh jetzt kommen! Die eh jetzt kommen! Die eh jetzt kommen! Die eh jetzt kommen! Policia! Policia! Für einen von euch 23.000! Ich! 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 Ich muss auch mehr verkaufen! Bitte! Sitze ich mit Kavala die Trassen aufgeben mit Geld! So, Leute! Ich weiß nicht wie man fliegt! Aber ich werde versuchen! Alter! Ich packe es einfach aus meinem Trunk raus! Varg ist um mein Heli einzustecken und ich schieße ihn eigenhändig daraus! Hier kommen vielleicht Cops und alles was du zu nass bist und aufhalten. Ich will mein Geld Leute! Ich will mein Geld! Oh Gott, no! Die Sirene! Ah ne! Oh fuck no! Oh fuck no! Whatsapp sag ich schon! Ich sag von Wind! Die Bullerei! Ich steh im Garten! Hab nen Harten! Ich könnt ihn braten! Will aber lieber noch warten! Oh Gott! Das ist eine schöne Kerze! Ich hab gehört, dass Kerzen länger brennen, aber sie nicht anzündet! Ich muss auch mal 100.000 abheben! Ich bin ein Swine! Ja, dann geht er hin! Ein Swine! Ich bin ein Swine! Ich bin ein sol! Ich bin ein Stahl!